Spherical Core Seal – Kugelkerndichtung In den ersten Stufen hat Mares das klassische Ventilsystem mit einer revolutionären Vorrichtung, dem sogenannten SCS Spherical Core Seal, gekoppelt. Bei diesem System kann auf scharfe Kanten verzichtet werden, die den Dichtbereich beschädigen können. Dadurch ist sichergestellt, dass das Bauteil fünfmal länger hält. Eine weitere besondere Eigenschaft dieses Systems ist die spezielle aerodynamische Form. Die Luft strömt optimal geführt in die Kompensationskammer. SCS – Noch eine Mares-Innovation SCS – noch eine Mares-Innovation Stätik im Auftrag des Leidens Stätik im Auftrag des Leidens Da wird in der Anzahl an den Städkischen Jedi-Leidrägen gesessen. In der Anzahl an und in der Anzahl an den Städkischen Skywalker-Leidrägen